Eie, die Beef-Vorbereitung, ja. Ich habe sehr viele Dinge in der Zwischenzeit gehabt, unter anderem, das klingt jetzt alles wie so eine Ausrede, ne, unter anderem so Fortbildungen, Corona hatte ich auch in der Zwischenzeit, also ja, ich habe schon das eine oder andere Spiel angespielt, tatsächlich, aber auch nicht alles und nicht so richtig gut, nicht so wie Fabian wahrscheinlich. Hier kannst du natürlich eigentlich, im Prinzip kannst du dir alle in den Müll kloppen, so. Florentin, nie ein Videospiel gespielt, was nicht Warcraft im Namen hat oder Magic. Gunnar ist langsam auch so ein bisschen raus aus dem Videospiel, Alter, Fabian sowieso. Aber das Einzige bei Fabian ist halt, dass er wirklich Tag und Nacht diese Scheiße übt, wirklich, wenn man so acht Stunden Arbeitszeit hat, dann macht er sieben Stunden, übt er wahrscheinlich diese Drecks-Beef-Spiele und eine Stunde macht er ein bisschen was für GTV, so wird das eh, so wird es eh gelaufen sein. So übungsmäßig komme ich da nicht hinterher, aber ja, ein bisschen Talent, Talent, auf den Sieg, ja, ist natürlich das, was ich anstrebe, ne, also ich glaube, mein größter Kontrahent wird, wie gesagt, Fabian sein, so, da, da denke ich schon dran, also Gunnar und Florentin, ne, irgendwo da hinten, ja, dann biefe ich mich halt mit Fabian, aber ist eventuell machbar. Fabian Käufer. Alt, schlechte Reaktionszeit, vorbereitet aber. Gunnar Krupp. Abgehoben, eingebildet, aber hat sehr viel Glück. Florentin will. Kann Videospiele nicht spielen. Ja. Positiv. Das ist ganz nett. Fabian, ich hasse dich jetzt schon dafür, dass du die Scheiße den ganzen Tag geübt hast, aber das werden wir sehen. Komm her. Ich bin ready. Ich bin ready. Oh, und, äh, ach so. Warte mal. Ja, letztes Mal habe ich schon richtig krass abgeliefert mit meinem Disstrack so. Hat auch keiner drauf geantwortet, weil unantastbar, unantastbar, unantastbar. Der Cancunner, was für unantastbar, der ich hab' ich schon längst angetastet, unfassbar. Jetzt gibt's Beef, Beef Junior mit mir. Und dein Rap-Track bleibt nicht der einzige, ja. Bleiben wir doch mal bei dir. Überblonde Haare, du siehst aus wie aus ner Boyband. Dass du immer noch gut games hast, kannst du doch nur träumen. Oder willst du leugnen, dass alle es gerafft haben? Jetzt gibt's einen neuen Cast, auch dich kommt man nicht weg. Ja, ist eigentlich ein Sunshine, doch macht vorderkam. Was kann denn in nem Haus brennen? Oh Gott. Du Teenie, sag mir doch mal, wie man Sphinx schreibt. Und schlaf mal lieber aus, bevor du Beef träumst. Wer hat den denn eingeladen? Seit wann kann er zocken? Das ist mehr als bisschen Kartenlegen. Lasse deinen Toast verrotten. Oh sorry, hat grad Fabian geredet, tut mir leid. Bei dir bin ich echt immer wieder, immer wieder ein. Und wenn er so lahm spielt, wie der Stern, nicht nur am Reden ist. Dann seh ich kein Problem, denn Fabian fehlt ein bisschen Diss. Und wir haben so Schiss, was dann passiert, wenn er bald los. Denn der Typ sieht so aus wie der komische aus You. Und wir haben so Schiss, was dann passiert.